Musik Ciao Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und das erste Video mit einem Voice-Over. Wir testen das mal aus und schauen, wie das wird. Wie man schön sagt, if you never try, you never know. Schreibt doch gerne, ob euch das gefällt oder lieber ohne Voice-Over. Auf jeden Fall geht es in diesem Blog um einige unserer Favorite Spots in Düsseldorf, wo wir fast seit zwei Jahren leben. Viel Spaß mit dem Video. Musik Wir starten unsere Tour in unserem Lieblingsviertel Unterberg. Unter anderem, weil wir hier leben, aber auch, weil man hier alles hat, was man braucht. Die Nähe zum Rhein- und Medienhafen, viele Cafés, Restaurants, Foodspots, Boutiquen und einen Bauermarkt, der dienstags und freitags stattfindet. Die bekannteste Straße in Unterberg hier ist Loretto Straße. Die ist einfach toll, weil das meiste sich auch hier befindet. Wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Musik Unsere Favoriten hier sind das Restaurant Ombras. die Fomagerie, die Schokolaterie Bitter-Süß und Edelweiß, Jomaro für Frozen Joghurt und Big B, die Brownie Bakery. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 könnt ihr dort auf jeden Fall hochgehen. Sehr, sehr schöne Aussicht. Eines unserer Highlights. Ja, jetzt sind wir hier auch angekommen am Medienhafen. Und wie ihr sehen könnt, sehr, sehr schöne Gebäude von der Architektur her. Ihr habt hier auch einen Platz, um eurer Yacht oder ein Boot abzustellen, falls ihr natürlich eins habt. Ja, und ansonsten einfach wunderschön, hier mal ein bisschen zu spazieren, Restaurant zu gehen, Kaffee zu trinken und einfach das Ganze zu genießen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann leitet euch auf jeden Fall ein Fahrrad aus und fahrt hier die Einuferpromenade entlang. Wie ihr sehen könnt, sind hier wirklich schöne Fahrradwege. Einzige, wo ihr aufpassen müsst, ist nicht die Fußgänger zu überfahren, die sich doch mal öfter hier verirren, wie ihr hier auch sehen könnt. Ja, hier sind noch ein paar Reliquien der EM 2024. Zum Public Viewing ist man nämlich durch diese Kontrollen gegangen. Die EM ist ja noch nicht ganz vorbei. Und ja, man hat dann die Möglichkeit gehabt, hier direkt am Rhein, mit Rheinblick, die EM-Spiele anzuschauen in einem Public Viewing. Ja, hier wurden dann auf einem großen Bildschirm alle Public Viewing-Spiele übertragen und hier unten waren alles läutervoll natürlich. Und ja, sicherlich eines der coolsten Fanzones in ganz Deutschland, würde ich mal sagen, mit direktem Rheinblick. Das ist ja noch nicht so, wie ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das sind wirklich die besten Quarkbällchen, die ihr bekommen könnt. Von daher einfach mal vorbeikommen und einfach mal probieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Musik 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 Einmal hier die leckere Fischsuppe, dann Backfisch mit Bratkartoffeln und hier noch ein Matthias Brötchen. Ja Leute, wir sind jetzt mitten auf der Immermannstraße und wie ihr sehen könnt, gibt es hier auf beiden Seiten ganz viel zu sehen. Alles was mit Japan zu tun hat. Also Supermärkte, Restaurants, Bäckereien, alles mögliche. Von daher ein weiterer Superspot unserer Liste. Wir laufen jetzt mal zu einem der vielen Supermärkte, die es hier gibt, japanische Supermärkte und schauen einfach mal, was es da drin so gibt. Musik 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja Leute, ein Onigiri holt. Mit gegrillten Lachs und Mayo kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich im Supermarkt mal so einen Onigiri zu holen. Das war's für heute. 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 Ja, hier in Little Togo gibt's natürlich auch ganz viele Rahmen, die man mal unbedingt ausprobieren sollte. Und hier hinter mir gibt's wirklich einer der besten Rahmen, die man sich so für Geld kaufen kann. Und das schauen wir jetzt mal vorbei. Das war's für heute. 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 Ich mach mich. Und bin unser somebody number. Hallo, das war's für heute. Düsseldorf ist perfekt geeignet, um zu Fuß sehr viel zu erkunden, aber wir lieben es natürlich auch mit dem Fahrrad zu fahren, weil man schneller irgendwo hinkommt und genießen dann einfach die Aussicht auf dem Fahrrad, wie zum Beispiel hier beim Schwanspiegel entlang oder am Spächer Graben, richtig, richtig schön. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Das waren einige unserer liebsten Düsseldorf Spots und wenn ihr gerne mehr solche Videos sehen wollt, also mehr von Düsseldorf, vielleicht auch Food Spots, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, schreibt uns gerne. Wir würden uns sehr freuen, euch mehr davon zu zeigen.